Ernst, Sie sollten das nicht tun, Fräulein Braun. Er isst eh immer nur Kuchen, Kuchen, Kuchen. Mittags, nachmittags und nachts. Aber ich bitte Sie, jetzt sind es doch nicht zu streng. Immerhin ist es doch sein Geburtstag. Da muss man ihm doch was geben zum Wohlfühlen. Er hat doch eh so wenig Freude. Untertitelung des ZDF, 2020